Sie hören Nemesis von Jillian Hoffman. Aus dem amerikanischen Englisch von Sophie Zeitz und Katharina Naumann. Gelesen von Andrea Sawatzky. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Kapitel 1 Tinder-Chat Match mit Cal, 22.02.2018 Cal, wie wär's mit Drinks? Würde ich gern in echt sehen. Alles. Lana, wo? Cal, wo du willst. Bist du in echt so scharf wie auf den Fotos? Lana, erwischt. Ich bin ein Troll. Hab Fotos von einer Freundin gepostet. Lana verdrehte die Augen und schob sich die Sonnenbrille auf die Nase. Sie langweilte sich. Das war ein schlechtes Zeichen. Sie angelte sich eine Marlboro aus dem Päckchen in der Strandtasche, legte schützend die Hand um das Zippo und zündete sich die Zigarette an. Es roch nach Sonnencreme und mehr. Und nach Marihuana. Ein paar Handtücher weiter flatterte ein Wimpel der University of Wisconsin. Anscheinend machte dort drüben ein Joint die Runde. Cal, kenne paar echt fiese Anmachsprüche. Lana, nur zu? Sie zupfte am Träger ihres Bikinioberteils und spähte darunter. Selbst im gleißenden Licht sah sie, dass sie sich einen Sonnenbrand holte. Seufzend drehte sie sich auf den Bauch, warf noch einen Blick auf das Handy und verzog das Gesicht. Cal, hast du Fieber? Du bist zu heiß. Sie zog an der Zigarette und tippte mit einem langen roten Fingernagel ihre Antwort. Lana, lol, ich lach mich tot. Jetzt ich. Cal, schieß los. Mach mich an, bitte. Lana, du bist so erotisch wie ein Verkehrsunfall. Dann tippte Lana auf das Flaggen-Icon und auf das rot unterlegte Kreuz. Auf nimmerwiedersehen, Cal, 25-jähriger Kreativer mit Waschbrettbauch. Fünf Minuten ihrer kostbaren Lebenszeit verschwendet. Das Letzte, was Lana im Urlaub brauchte, war ein Date mit einem Loser. Nicht, dass sie sich der Illusion hingab, sie würde über Tinder ihren Traumprinzen finden, aber wenn sie sich mit einem Typen traf, dann mit einem Mann, der die Rechtschreibung beherrschte und seine billigen Anmachsprüche nicht aus dem Internet hatte. Der Waschbrettbauch war bestimmt auch nicht Karls eigener. Auf den beiden Profilbildern mit nacktem Oberkörper war sein Gesicht nicht zu sehen. Und kreativ war wahrscheinlich die freundliche Umschreibung von arbeitslos. Der Typ hätte bestimmt nicht mal für das Abendessen bezahlt, bevor er ihr an die Wäsche wollte. Gehen wir? Alicia richtete sich auf ihrem Handtuch auf und winkte in die Fünferrunde. Es war das erste Wort, das seit 20 Minuten gesprochen wurde. Deswegen hatte Lana sich mit dem Handy die Zeit vertrieben. Obwohl zwischen ihren Handtüchern nur ein paar Zentimeter Sand waren, hätte jede der fünf genauso gut auf ihrer eigenen Insel liegen können. Wie sich herausstellte, hatten sie nämlich überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Das ist das Problem, wenn man eine Reise bucht, ohne dass man die Leute kennt, mit denen man in Urlaub fährt. Aber jeder New Yorker sehnt sich im Winter nach Süden. Und als im Flur von Lanas Wohnheim jemand gerufen hatte, sie suchten noch eine vierte Frau für Miami, hatte Lana spontan hier geschrien. Allerdings hatten sich kurz darauf Serene und Alicia, die zwei Freundinnen und Organisatorinnen der Reise, gestritten. Und Sydney, die dritte im Bunde, war nur dabei, um die Ferienwohnung vollzukriegen. Genau wie Lana. In letzter Minute wurde Patty als Fünfte angeheuert, für den Fall, dass jemand absprang. Schon nach dem zweistündigen Flug war klar, dass sie sich absolut nichts zu sagen hatten. Noch nicht, ich brauch noch Sonne auf dem Rücken, sonst bin ich nur vorne braun, sagte Lana. Aber ihr könnt ruhig ein Uber nehmen und schon fahren. Was machen wir heute Abend? Fragte Serene, die irgendwie billig wirkte. Olero Room? schlug Alicia vor. Ich hab gehört, da ist es lustig. Der Bolero Room ist in Wynwood. Das ist eine total miese Gegend, widersprach Serene. Ich würde sagen, wir gehen ins Edition Hotel. Da gibt es eine Disco im Keller, mit Bowlingbahn. Außerdem ist Donnerstag Ladies' Night. Unsere Drinks gehen aufs Haus. Wie wär's mit nem Club? Das Liv? Oder die Wall Lounge? Wir sind in Miami, Mädels, warf Patty ein. Lana tippte darauf, dass Patty B war und dass sie ein Auge... ... D Abonnes, wenn du da бisschen, ist das eine parameter, dass sie nicht in dieser Zeit oder es umlauterte. Und dass sie sich nicht in der Zeit ist.